Ich will aber auch eins machen. Das letzte Mal, als du mir geschickt hast, habe ich das nicht bekommen. Was? Doch, doch. Hast du mit WhatsApp? Ja, nee, nee, habe ich nicht bekommen. Ich mache jetzt einfach meine Selfies selber. Awesome Journey! Journey in the future! Sehr gut. Machen wir das mal zu dritt. Martin, komm! Guck doch nicht immer an dein Handy, das ist doch langweilig. Das hat mir gerade ein Kumpel geschickt. Das kenne ich, das habe ich schon gesehen. Das ist voll krass. Das ist echt krass. Ja. Ja, ich guck doch. Guck mal die Bärchen an, die gehen voll ab. Die Bärchen gehen voll ab. Guck mal, die sind voll lieb. Das ist scheiße, das ist cool. Die sind cool, die rocken voll. Mit denen mache ich jetzt ein Selfie, ey. Guck mal, die sind echt süß. Das sieht aber heftig aus. Wollen wir da nicht schon was machen? Ja, komm! Ja, okay. Die hauen ab. Hinterher, hinterher, hinterher. Hey, komm mal her, komm mal her. Wir haben es gefilmt, guck mal. Ja. Guck mal. Hier auf unseren Handys. Das haben wir drauf. Und das bist du, ne? Ja, hier. Die haben auch echt, die waren echt süß. Ja, das Video, das können wir der Polizei geben. Ja, mach das mal. Okay. Ja, die kann damit gut was anfangen. Guck mal, wir haben ja drei Versionen davon. Die kann man bestimmt sehr gut die erkennen am Ende. Ja, super. Ja, ein Selfie und dann ist der Tag wieder gerettet, gell? Was? Komm, Johanna, setz dir mal die Selfie-Krone auf. Ja, bitte, bitte. Sehr schön. Eins, zwei, drei und drei und awesome! Mua! Mua! Okay. eins, zwei, drei und более. Bis zum nächsten Mal.